Der spirituelle Name Ramaduta. Ramaduta ist ein Beiname von Hanuman und deshalb ein spiritueller Name für Aspiranten mit Hanuman-Mantra, wie auch mit Rama-Mantra. Rama ist derjenige, der sich freut. Duta heißt Bote. Ramaduta ist der Bote von Rama. Wenn du den Namen Ramaduta hast, soll das heißen, dass du auf dieser Welt bist als Bote von Rama. Du willst Rama dienen, du willst Ramas Werk tun und du willst nicht aus eigenem Antrieb etwas tun, sondern als Bote Ramas. So wie Hanuman war Diener von Rama, so willst du Diener von Rama sein und Bote von Rama sein. Rama heißt ja auch derjenige, der sich freut, derjenige, der voll Freude ist, derjenige, der voll Liebe ist. Ramaduta ist auch der Bote von Freude und von Liebe. Und so willst du in diese Welt die Freude und die Liebe Gottes hineinbringen. Amen.